Hey, das ist eine kleine Message an alle Streber, Loser und alle anderen, die sich als nicht normale Schüler sehen. Weil ich denke mal, als du auf das Video geklickt hast, hast du gedacht, zumindest ein Teil in dir hat so gesagt, ich bin nicht normal, ich bin kein normaler Schüler. Und vielleicht bist du wirklich so dieser typische Streber, den alle dafür hassen, dass er so viel lernen und so gute Noten schreibt. Aber vielleicht wirst du wirklich von manchen als Loser angesehen. Und vielleicht bist du einfach auch die Person, die sich so ganz anders kleidet als alle anderen, dass sie deswegen vielleicht wirklich auch in der Schule nicht akzeptiert wird. Oder zumindest die anderen, mit denen ich so auf den grünen Zweig komme und die vielleicht auch ein bisschen komisch finden, wie diese Leute dich selbst dann jeweils wieder anschauen. Aber weißt du was? Sogar ich habe mich in der Oberstufe als nicht normal gesehen. Weil ich war so ein bisschen der Meinung, Schule ist nicht so wirklich the way to go, das ist nicht so sinnvoll. Ich meine, die Meinung teilen ja viele, aber ich habe das auch ernsthaft umgesetzt. Also ich habe trotzdem gut mitgearbeitet, aber ich habe mich nebenbei ganz, ganz viel für Unternehmertum, für Startup und so weiter interessiert. Das hat mich einfach viel, viel mehr gejuckt. Und ich bin da teilweise auch mit dem Hemd in die Schule gekommen. Habe dann teilweise da auf Instagram schon immer so motivational quotes gepostet, was sonst niemand gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, alle reden ganz, ganz viel hinter meinem Rücken, was ich dann eigentlich sonst mache und so weiter. Und ich habe mich, auch ich habe mich gewissermaßen ausgeschlossen gefühlt. Und das bedeutet egal, egal was du machst, du fühlst dich immer ein bisschen anders, immer ein bisschen ausgeschlossen. Das denkt sich auch vielleicht der PC-Nerd, das denkt sich auch die, die mit mega viel Make-up rumläuft. Oder jeder andere, der irgendwie so sein eigenes Thema hat. Ja, ich meine die Leute, die in Physik immer crazy Theorien aufstellen, die in Philosophie oder in Religion immer total komische Gedankengänge haben. Oder jemand, der total aufgetreten ist, jemand, der total introvertiert ist. Alle fühlen sich so. Alle. Deswegen nur, weil du gerade das Gefühl hast, ach nee, irgendwie habe ich da so dazu gehört. Die gucken mich irgendwie komisch an. Jeder denkt es. Jeder. Und es gibt so viele kleine Details, die dir an allen anderen gar nicht auffallen. Die aber für die jeweilige Person so ein großes Ding ist und jede Person davon denkt, dass sie regelmäßig deswegen so angeschaut wird. Und beispielsweise habe ich ja eine Zeit lang Hip-Hop getanzt und ich will es unbedingt auch wieder machen. Und bei Tänzen ist es einfach ganz anders, ja. Die meisten Tänzer, die feiern das einfach, wenn Leute unterschiedlich sind. Ja, du bist einfach sehr stark dafür appreciated, für das, was du bist. Und auch wenn du anders bist oder komisch oder merkwürdig oder besonders oder wie auch immer man es ausdrücken möchte, du wirst dafür gefeiert. Und es gibt in einer amerikanischen Tanzschule, wo es auch ganz viele YouTube-Videos von der auf YouTube gibt, die haben so ein geiles Zitat, was in der Hinsicht wirklich mein lieblicher Spruch ist. Und zwar United by Diversity. Verbundenheit durch Verschiedenheit. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Deswegen auch wenn du das Gefühl hast, irgendwie ich passe da nicht so rein. Alle anderen haben auch das Gefühl, sie passen da nicht so rein. Auch die Leute, die super integriert sind oder angeblich mit allen Freunden sind, die haben trotzdem das Gefühl, beispielsweise ich habe keinen Alkohol getrunken. Da ist vielleicht eine Sache, wo man denkt, ey, das ist eine super tolle Sache. Die Person fühlt sich aber trotzdem meistens so, als würde sie nicht dazugehören. Deswegen, es sind alle gleich. Es geht allen ähnlich, ja. Und deswegen sehe dich als Teil des Ganzen, weil du anders bist. Und wenn du wirklich, wenn du wirklich das Gefühl hast, fuck, ich werde ausgeschlossen, vielleicht sogar gemobbt, hatte ich in der siebten Klasse auch nicht extrem, es war alles nur wörtlich und so weiter, aber wir hatten da sehr komische Gruppendynamik in unserer Boys Group im Prinzip. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, dann fang bitte auch nicht an mit, Oh, fuck them und prove them wrong. Das ist mein allergrößter Hassspruch. Prove them wrong. Was bedeutet denn prove them wrong? Es bedeutet ja eigentlich nur, dass du deine Ergebnisse erzielen solltest, damit du ihnen, die genau wollen, dass sie diese Ergebnisse nicht erziehst, dass du dann es wert bist. Dass du es ihnen dann gezeigt hast, dass sie sich dann respektieren müssen. Was ja nur ausdrückt, dass sie sich jetzt noch nicht respektieren müssen. Und das ist einfach vollkommen das Schwachsinn. Egal wo du jetzt stehst, auch wenn du keine großen Ambitionen hast oder wenn du übelst große Ambitionen hast, es reicht. Was du jetzt machst, ist genug. Du kannst dich trotzdem immer weiterentwickeln, aber es ist absolut genug. Du musst niemandem irgendwas beweisen. Deswegen, deswegen bitte, kill them with kindness. Vergib ihnen. Vergebung ist die allergrößte Stärke. Das bedeutet, wenn du, wenn wirklich Leute böse zu dir sind oder so, geh die Schritte, die du gehen musst, um dich selbst zu schützen. Es muss nicht mal mit dem Lehrer sein, wenn es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, du dich einfach nur selbst nicht so wohlfühlst. Tu doch auch das, was dir gut tut. Das heißt, wenn du einfach nur das Gefühl hast, du wirst in der Jagenstufe gar nicht so wirklich gesehen, als wärst du so ein bisschen Luft. Dann tu entweder wirklich was dagegen im Sinne von, geh auf Menschen zu, versuch zu insukrieren, trag das vielleicht auch jemand anderen heran, wo du sagst, hey, ich hätte gerne ein bisschen mehr Kontakt, vielleicht wenn du jemanden kennst, der da sowieso immer sehr nett ist, da, dass der dich vielleicht ein bisschen auch in die ganze Gruppe integriert. Oder auch, wenn du da dann gar kein Interesse hast, du sagst, mein Jagenstufe juckt mich eh nicht, dann hör die Musik und so weiter. Also schau wirklich, dass du dir einfach dich um dich selbst kümmerst und gleichzeitig, dass du keinen Kroll den anderen gegenüber hübst, weil die wissen es auch nicht besser. Ja, die wissen es auch nicht besser. Und denen geht es innerlich gewissermaßen ähnlich wie dir. Deswegen mach dir da keinen großen Kopf. Halt den Kopf oben, denk an das Motto, liebe immer, schau da einen Lillinda von Little White Ivy, richtig, macht eine Mode, Brautkleider wird wahrscheinlich auf die wenigsten von uns bisher zutreffen. Aber es ist wirklich ein extrem schönes Motto, deswegen denk daran, liebe es wirklich immer die Antwort, sowohl den anderen gegenüber auch als alles dir selbst, egal was passiert und trotzdem natürlich die jeweiligen Schritte einleiten, falls es wirklich ein ernsteres Thema ist. Und ansonsten, auch von mir das Angebot, ihr könnt mir alles in die Kommentare schreiben, ich werde auf alles antworten, genauso wenn es vielleicht noch privater ist und du wirklich nur unter uns beiden schreiben willst, schreib mir auf Instagram, ne, DM, ich antworte, wie gesagt, jeden Abend auf jede einzelne Nachricht. Und auch da bin ich für euch da. Deswegen in dem Sinne, auch vor allem bei dem Thema, ganz, ganz wichtig, ich glaube an dich. Stehst du, ich glaube an dich. Egal, ob du anders bist und ob die Leute sagen, hey, der aus dem Weg ist, würde ich gar nicht beachten oder dich dafür auslachen, dass du so hohe Ambitionen hast. Egal, in welchem Szenerie, ich glaube an dich. Stehst du? Du wirst da durchkommen, du wirst es packen, du wirst dein Leben rocken. Ich glaube an dich. Glaub bitte auch an dich, okay? Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.